Wir haben bald Weihnachten. Gibt es bei Ihnen Traditionen? Wie werden Sie jetzt fest feiern und verbringen? Die Kinder sind aus dem Haus, die Traditionen fallen. Sie kippen allmählich. Tannenbaum, wer schmückt den? Haben Sie überhaupt einen? Wird vegan oder vegetarisch oder sogar Fleisch gegessen? Wir essen Fleisch. In der Regel essen wir Fleisch. Den Tannenbaum, den schmücken wir dann zusammen. Was gut auf den Tisch kommt, gibt es so, keine Ahnung, bei manchen Kartoffelsalat mit Würstchen oder Gantt? Enten, enten, enten.